Ja, der FIS ist, das ist glaube ich das highest rated FIS OTP Europas, dieser S-KRUS, N-L-S-KRUS. Warum ist dieser FIS so gut? Ist es der beste FIS in der Welt? Wie gibt es so viele Fragen? Ist dieser FIS, Leute? Es ist komplett auf den Niemann. SHARK! 3 1 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020